Meine Mutter war die schönste Frau, die ich je gesehen hatte. Aber auch die gefährlichste. Liebe demütig den Menschen. Hass gibt ihm Kraft. Als sie sich verliebte, verliebte sie sich unsterblich. Und als es endete, endete es schrecklich. Weißer Oleander ist giftig. Ich verstehe nicht, warum Leute sowas anpflanzen. Verhafte sie wegen Mordes an Barry Corker. Was? Sie ihre Hände auf den Rücken. Astrid, die können mich nicht festhalten. Mach dir keine Sorgen, ich bin in einer Stunde wieder da. Ihre Rechte, haben Sie die verstanden? Ich bin vom Jugendamt. Deine Mutter wird nicht wieder nach Haus kommen. Die Leute werden dir gefallen. Sie haben ein schönes Haus und du kriegst ein eigenes Zimmer. Ich freue mich so, dich kennenzulernen, Astrid. Komm rein. Die Sünde ist ein Virus. Sie breitet sich über das ganze Land aus, wie die Pest. Was daran schlimm ist, wem das wehtut, es tut Jesus weh. Ich hab dich großgezogen und dich dieses dahergelaufene Bibelpack. Ich werde dich nicht verlieren. Ich weiß, du hast eine Menge durchgemacht. Drei Pflegefamilien in drei Jahren. Wir haben sie wahnsinnig gern. Sie muss so ein Trost für sie sein, wo sie ja selbst keine Kinder bekommen können. Was hast du zu ihr gesagt? Ich versuche nur, dich vor diesen Menschen zu beschützen. Diese Menschen sind nicht unsere Feinde, Mutter. Ich weiß, dir gefällt nicht, was du vor dir siehst. Aber das ist der Preis, Mutter. Der Preis, dir zu gehören. Ich hab dich geschaffen. Du bist mein Fleisch und Blut. Und du tust keinen Schritt, bevor ich dich nicht gehen lasse. Dann lass mich gehen. Welcher Tag war der schönste in deinem Leben? Heute.